Die haben noch einen. Ja, also die hat die Knappchen von der Hand. Die ist schon da. Und die hat auch nicht mehr gerade gesehen. Stopp! Aber du? Nein, die Knappchen liegt nicht ganz. Stopp! Oh, Janne! Woher? Oh! Schieb mir mit zwei Händen weg. Sie machen noch eine Gange. cave source. Over There. Sech was. Nice! Hör. Drei sehr vor deber. Ahaaaaahhhh. Hier ist an der Mann. Der Mann steht da. Zwei haben wir. Dortmund dreht die Spiele an. Geh, 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 geh. Einfach, Alter. Au, was für ein Ball, du Junge. Weg, weg, weg vom Abseits. Geh, 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 geh. Die Schnelligkeit. Jetzt ein weiter Ball. Jawoll. Mach's abzeit, lauf, lauf. Schöneros. Hilf, 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 hilf. Hilf, 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 hilf. Du kriegst vielleicht viel, doch nicht. Du kannst nur von selber. Das ist unfassbar, das kannst du allein machen. Das kannst du allein machen. Der muss allein machen. Sonst kannst du besser. David. Gut, Alwin. Jetzt geht uns. So, abseits. Oh, echt. Glück gehabt. Wir führen 4-1. 4-1. Alles klar. Komm, Petrus, der ist gut, Petrus. Thomas, vielen Dank. Ja. Safe game. Wir haben noch gar nix, weil das Spiel läuft. Wir haben noch gar nix, weil das Spiel läuft. Geil, der ist gut, ich hatte die Haare schon mal wieder. Sie kommt auf, die ist gut. Ich liebe die Haare schon mal. Ich will es nicht ab, die ist gut. Ich will es nicht ab und ab und ab und ab. Jetzt geht es! Jetzt geht es! Wir sind Sturm. Jetzt! Druck ohne Foul! Druck ohne Foul! Komm, komm, Druck ohne Foul! Oh Kerle! Sag mal, bleibt ihr stehen! Auf, Mann! Hast du das gesehen? Applaus Applaus Hey, Koko! 4-1 Schieben, 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 schieben! Abseits! Abseits! Aber so was von Abseits! Warum ist es? Abseits! 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 Ab近! Abseits! 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 Das war gar nicht so schlecht, denn wir müssen die da hinterherlaufen! Jetzt mach ich den nicht mehr lang! Das glaube ich nicht, der recht. Wege Dämlichkeit. Hey, ich hab aufpassen gesagt, das lässt du nur irgendwo liegen, Mann. Hey, Dennis. Das war Albin, nicht ich. Was? Mach es ihr denn! Jetzt rüber, 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 rüber. Topfer jetzt, das Ding! Auf, die Gelbe! Oh, komm, 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 gleich nachsitzen. Keiner springt zum Cockball, außer Alte. Hey, hier stehe ich! Auf dem Wohle haben wir Wohle. Ne, 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 das war der Vorher, bevor der Fall ausgespielt hat. Oh Gott! Ach, dann natürlich. Super! Haha, Junge! Ein Pass von dem Mann kommt, das ist abartig. Das ist wie auf dem Polzplatz gerade. Wie viele Leute haben wir da? Wie war ja? Absolut, wie auf dem Polzplatz. Die sehen alles, das ist da. Annehmen! Annehmen! Auf jeden Fall Gewinne, da sind eins vier. Ja, 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 ja. Geh! Geh! Und wieder da, Neidrin. Neck mal Masse, der Hannes, die doch mit. Die doch bei der Hannes, Mann! Ich will das hin! Frau! Schien! Probier es mal! Ja, mal probieren! Komm, 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 komm! Du hast halt wenig gesagt. Ja, aber trotzdem, der spannt immer ein. Sehr gut. Schau! Warum spielen die nicht? Wohin denn? Der war frei hier, im Zentrum weiterspielen. Jetzt! Trink sie weit! Juli oder ne? Jetzt! Jetzt! Guck wie, was bist du? Was bist du jetzt? Na, guck! Jetzt sobald du kontrollierst, keine schlechte Idee. Oh! Abgeh! Abgeh! So! Oh! E-Masawak! Also, ja, ist das so klar! E-Masawak! Oh mein Gott! E-Masawak! 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 Ja, Papa! Oh Gott! 17 Minuten haben wir immer eine Kurve gekriegt, und dann haben wir immer Schein. Komm zum Ball! Vorher da sein! Vorher da sein! Ja, genau, Pasi. Na ja, oder? Glaubst du das, Pasi? Glaubst du das? Der Hannes! Vorher da sein! Gut so! Oh! 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 Jaaa! Und hier, die Steinkante. Nach vorne! Nach vorne! Der kam gewollt! Jawohl! Gut! Guter Ball! Schöner Ball! Weiter, weiter, Eros! Und im gestrigen Training hat er über den Zorn gekürt. Ja! Ja! Jetzt! Gut, wenn man es köpfen kann, dann kann man es. Jaaa! Du hast die Geschwäßes über die Zorn zu schiessen. Geschwäß nicht zu kürzen. Wenn er die Köpfe gern gestürzt ist... Komm, komm! Erster Ball wieder, komm! Aber Heilbrunn hat scheinbar aber gute Chance gehabt. Und dann hat es 2 Hängnis, 2 Null Schuss. Komm, erster Ball! 2 Null! Komm, Juli! Komm, Juli! Komm, Juli! Komm, Juli! 2 1! 2 1! Ja, außen, außen, außen wieder. Aber Eros, wenn du es jetzt nicht machst, ich sage dir. 2 2 1! Und Dortmund ist 1 zu hinten. Komm, komm, komm! Eros, du musst noch mal! Komm, versuch! Jaaa, Junge! Ganz stark! Er kann schon mal einen richtig schlechten Ball spielen, oder? Warum geht nicht der Zweite gleich? Komm, Petrus! Komm, Petrus, komm! Gleich, gleich! Gleich, gleich! Wieso so? Nicht gegen Eray! Komm, komm, komm! Anbieten! Geh mit zu spielen! Geh mit zu spielen! Komm, herrscht der Ball wieder, Jungs! Lange Ball, Leon! Lange Ball! Lange Ball! Hannes, Hannes, Hannes! Geh mit! Hall auf! Man war doch wieder eingelegt! Hey, Hannes! Komm, komm, komm! Zurück, zurück! 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 Komm, komm, komm! Zurück! Jawoll, die Bulle! Komm, schicke! 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 Hier ist Tore, Junge! Jaaa! Fiff, gut gemacht! Leg ab! Leg ab! Leg doch ab! Komm, leg ab! Komm, Ivo! Halt weg! Halt weg! Halt weg! So weit zurück, wie genau es! So weit zurück, wie genau es! So weit zurück, wie genau es! So weit zurück! Jetzt schieß doch! Ja, warte, jetzt schien wir! Alles, probier's! Scheck dich wieder! Jetzt! Meiner cast. Schicke! Schicke! Fem, sete! 3! Das ist die Wahrheit. Komm Ivo, komm! Komm Ivo! Ivo Allum! Komm! Ein weiter! Ja, ja, ja! Kein Aufwand! Oh, leg ab, leg ab, leg ab! Leg ab, leg ab! Leg ab! Leg doch ab, leg doch! Oh! Oh, eins noch! Oh! 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 Schieeeeh! Ball! Guter Ball! Ball! Leon! Leon! Lange Ball! Schieeeeh! Oh! 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 Papa, wie süß Sie jetzt? Papa! Spielen, spielen, Junge, sind Sie schon weg? Nein! Komm, Leo, den Arsch! Bravo, Altin! Sehr gut! Geh aufs Tor! Gut! Gut! Ja! Ja! Fünf, vier oder fünf? Ja! Juhu! Haben wir das noch gehabt? Papa, hier! Papa, hier! Unfassbar! Aber wirklich unfassbar! Das war jetzt die letzte drei Spiele ungeschlagen! Jetzt ist die Saison vorbei! Nee, wenn Sie glaubst, wenn Sie jetzt in der Saison von uns liegen, dann werden Sie praktisch... Die ersten drei Spiele, glaube ich, haben... Da hätten alle Angst vor uns! Ja! Jungen, haben wir einen Scheiß zusammen gespielt! Und 5-1 gewonnen! Das ist egal! Ja! Weißt du, wie das ist? Alles richtig gebracht! In so einer Saison hast du mit so einem Ergebnis alles richtig gebracht! Ja! 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 Ja!